Schönen guten Tag, ich bin hier von der Polizei. Was ist hier los? Es tut! Dies war ein sehr merkwürdiger Fall. Ich sollte eine Raubung und eine Schusswaffe bedienen. Doch die Gedanken ließen mich nicht los, soß. Also fuhr ich einige Minuten später wieder zurück aufs Revier. Gibt's was heute in Ihrem Fall? Nö. Da es keine neuen Entwicklungen gab, machte ich mich selber auf die Suche nach dem Übeltäter. Oder die Übeltäterin. Oder den Übeltätern und oder Übeltäterinnen. Wir glauben, dass in 24 Stunden ein anderer Polizist von diesem Revier umgebracht wird. Genau. Ah! Was ist das doch nicht so? Bitte helfen Sie uns. Wir sind in Gefahr. Scheiße, Mann. Scheiße, Mann. Scheiße, Mann. Das kann aber nicht sein. Wie fand ich das mit dieser Zeit? Oh mein Gott! Du bist tot! Scheiße! Das kannst du nicht tun, Bro. Aber ein Polizist unter Mordverdacht und Entführungsverdacht kann man nicht weiterentwickeln. Ja, okay. Wenn ich es nicht dürfte, könnte ich es auch nicht. Stimmt. Dann guck mal nach. Hm. Was ist? Sein Handy ist dort. Sein Handy ist ein Dort? Von einer Kerze? Nein, das ist am Tatort. Polizei! Keine Bewegung! Was? Das ist illegal! Keine Bewegung! Polizei! Hey du! Ich muss die ganze Zeit atmen. Die Scheiße. Bad Boys, Bad Boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad Boys, Bad Boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you?